Schönen guten Morgen Richard. Guten Morgen Markus. Karfreitag Richard. Osterausgabe. So schön, ich liebe Ostern. Weißt du warum? Weil es oben auf dem Berg wieder so nach Sommer riecht. Da kommt so diese warme, erste Frühlingsluft. Die kommt so langsam aus dem Tal nach oben gekrochen. Und du weißt, es ist nicht mehr aufzuhalten. Es ist egal, was passiert. Dann graupelt es dazwischen und dann schneit es wieder und dann windet es wieder und so. Aber es ist nicht mehr aufzuhalten. Und deswegen liebe ich Ostern, weil es dieses Frühlingsgefühl ist, so Aufbruch, Auferstehung. Und damit sind wir auch schon beim Thema, Richard. Also erstmal, wenn es um Natur geht, höre ich dich doch immer dichten. Also das war ja wie von Hermann Lönz, was du da gemacht hast. Ja, das stimmt. Da wirst du lyrisch. Du bist so lyrisch. Ja, ich bin so ein Romantiker. Da kommt der Alpenpoet in dir durch. Ja, ja. Aber du bist doch eigentlich auch ein heimlicher Romantiker, oder? Ja, ich weiß gar nicht, ob ein heimlicher Romantiker ein Romantiker ist. Ich meine, du bist heimlich ein Romantiker. Du wirkst ja immer so wahnsinnig intellektuell. Jemand, der die Argumente kennt, dem so Gefühle verdächtig sind. Weißt du, das braucht man nicht. Okay, also meine eigenen Gefühle waren mir noch nie verdächtig. Aber ich bin, das habe ich aber erst im Laufe meines Lebens so gemerkt, eigentlich bin ich Romantiker, ohne dass ich mich jemals so wirklich dazu bekannt habe. Aber ich kann mich bis heute, wenn so der Vollmond, egal wo ich gerade bin, wenn der so über den Horizont sich schiebt plötzlich, diese Riesenkugel. Ach, wirklich, da könnte ich sterben. Das ist einfach so schön. Wenn es jetzt vorbei wäre, wäre es okay. Okay. Also ich empfehle dir, die Romane von Arno Schmidt zu lesen. Ja. Da gibt es mehr Mondmetaphern als in der gesamten Weltliteratur zusammen. Die sind nicht immer so romantisch, aber die sind schön. Also ich erinnere mich, eins heißt, wenn der Mond mir wie eine Aspirin-Tablette vorkommt, liegt es an mir oder liegt es an Bayer Leverkusen? Großartig. Das ist so die Art von Romantik, die mir gefällt. Ja, sehr schön. Richard, Ostern. Bist du ein gläubiger Mensch, habe ich mich gefragt auf der Fahrt hierher. Was glaubst du? Ach, man glaubt ja viel, so den ganzen liebenlangen Tag. Aber ich meine, du meinst, ob ich an ein Leben nach dem Tod glaube. Zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Und wenn ja, wie stellst du dir das vor? Und ist das schön, so etwas zu haben oder nicht? Ich finde es schön, mir das nicht vorzustellen. Das ist die ehrliche Antwort darauf. Also es gibt ja diesen Witz von Woody Allen, die beschäftigen zwei Fragen. Und die eine ist, gibt es ein Leben nach dem Tod? Und werden Sie dort in der Lage sein, einen 100-Dollar-Schein zu wechseln? Und das sagt ja ziemlich klar aus, wie konkret soll man sich das denn vorstellen? Und ich bin eigentlich so ein bisschen eher, dass ich mir denke, so schön wie das Leben kann eine Ewigkeit eigentlich nicht sein. Also so leidvoll Leben auch ist. Aber alle schönen Dinge im Leben entstehen ja durch den Kontrast. Also wenn es kein Leiden gäbe, dann gäbe es eben auch keine Freude. Das gehört dem Leben untrennbar zusammen. Und diese Vorstellung eines ewigen Paradieses, in dem alles gut ist, die ist ja für den menschlichen Geist nicht positiv vorstellbar. Stellt man sich ja unendlich langweilig vor, wenn man anfängt, die eigene Fantasie ernst zu nehmen. Jetzt muss ich mir also auch noch vorstellen, dass dieser Mechanismus, dass man nur Freude empfinden kann, wenn es Leiden gibt, und dass die Dinge nur dann schön sind, wenn sie auch hässlich sein könnten, dass der ja gebrochen sein muss in diesem ewigen Leben. Also man darf nicht mehr so empfinden wie hier auf Erden. Und wenn ich mir das so überlege, es gab jemanden, der das mal versucht hat, in Ruhe durchzudenken. Und das war das, womit ich mich persönlich religiös am meisten beschäftigt habe. Und das war Emanuel Swedenborg. Ich habe ja mal mit meinem Bruder zusammen einen Roman geschrieben, da spielt Emanuel Swedenborg eine große Rolle. Und er war auch Inspirator für viele bedeutende Philosophen, wie zum Beispiel für Schelling. Swedenborg war ein schwedischer Allround-Wissenschaftler, ein Universalgelehrter, der zu seinen Zeiten sehr berühmt war im 18. Jahrhundert. Und der bis 50 Jahre alles Mögliche gemacht hatte. Also ein Buch über die schwedische Währung geschrieben. Er war Direktor da im Bergbau, was der wichtigste Industriezweig in Schweden war. Er hatte sich mit Psychologie beschäftigt. Der war nach England gefahren und hatte bei Flamsteed neben Newton und Haley, dem bedeutendsten englischen Astronomen, in der Werkstatt gestanden und zugeguckt, wie der seine Instrumente gebaut hat und sein Himmelsatlas geschrieben. Also es war ein richtiger Allround-Gelehrter der damaligen Zeit. Und so im Alter von 50 kriegte er auf einmal religiöse Visionen. Und das fand er seltsam. Er hat auch ausführlich protokolliert und das kam ihm eigenartig vor. Und er fing also an, sich selbst aufzuschreiben und zu beobachten. Was ist los mit mir? Spinne ich oder passiert hier irgendwas Übernatürliches? Und irgendwann hat er sich dafür entschieden, dass er nicht spinnt. Und dann hat er ein wahnsinnig umfangreiches Werk darüber geschrieben, wie es im Himmel und wie es in der Hölle aussieht. Cool. Und zwar wahnsinnig umfangreich. Also lauter Quartbände, also so große, dicke, schwere Bücher. Was er auf seinen Reisen, seinen Visionen und Auditionen alles so im Jenseits erlebt hat. Und das Schöne bei Schwedenborg ist, dass die Frage, ob man in den Himmel kommt oder in die Hölle, das darf man sich ausüben. Das ist optional, ja. Und das finde ich gut. Das finde ich schon mal ziemlich gut. Und was willst du nehmen? Weil man weiß ja nicht, wo man sich wohler fühlt. Ja, weil er sagt, für einen schlechten Menschen ist der Himmel die Hölle. Ja, da fühlt er sich überhaupt nicht wohl. Unter sein des Gleichen fühlt er sich wohler. Ja, und in der Hölle sind dann sozusagen die ganzen, die sich fürs Schlechte entschieden haben, unter sich. Super. Ja, und die können dann ihre Intrigen spinnen und sich übers Ohr hauen und was weiß ich was und so. Und sind auf ihre Art und Weise in der Hölle gelungen. Sollte man das wollen wollen, wenn dein Nachbar Saddam Hussein ist? Naja, der Himmel als Alternative bedeutet eigentlich studieren bei Schwedenborg. Okay. Also da gibt es Akademien, wo man lebenslang studiert im Grunde genommen. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute, wenn sie die Alternative hätten zwischen dieser Ganovenhölle, diesem Spielcasino und dieser himmlischen Akademie, sich für die Hölle entscheiden würden. Ja, definitiv. Also ich bin dabei. Also er hat die Willensfreiheit des Menschen, damals ein wichtiges Thema, Aufklärungszeit, so ernst genommen, dass er sie auch in die Transzendenz mit rübergenommen hat und gesagt, du bist immer frei, auch wenn du gestorben bist, dir auszusuchen, wo du hingehörst. Das ist ja spannend, Richard. Was ist das für eine Vorstellung? Oder anders gefragt, du hast dich ja viel mit dem Thema beschäftigt. Diese Idee, dass sozusagen Körper und Seele etwas Unterschiedliches sind. Und dass ein Körper irgendwann einfach zurückkehrt zu dem, was er vorher war. Im Wesentlichen Kohlenstoff und du wirst einfach verstoffwechselt und wirst quasi wie der Erde. Und die Natur hat ihren großen Kreis gedreht. Aber dann getrennt davon die Seele, die dann aufsteigt ins Paradies und so weiter. Und ich habe einen so großartigen Satz von dir gefunden zu dem Thema, der da lautet, nichts mehr Paradies und Aufsteigen, sondern nach deiner Vorstellung hängt die Seele im Hades wie eine verschrumpelte Fledermaus. Ja. Das ist, was soll das sein? Ja, das bezieht sich auf den altgriechischen Glauben. Also wenn wir jetzt die ganze Geschichte mal, warum glauben wir das, was wir heute glauben, christliche Prägung und so. Wenn wir dann die mal zurückgehen, immer weiter, immer weiter zurück. Und mal so gucken, was sind unsere ältesten Kulturzeugnisse der abendländischen Kulturen, die ältesten Schriften. Das sind die von Hesiod und von Homer zum Beispiel. So, und wenn man sich da eine Vorstellung macht, was ist denn mit der Seele? Was ist denn, wenn Achilles stirbt oder Hektor? Wo kommt denn deren Seele hin? Dann gab es wirklich diese Vorstellung, dass die Seele in den Hades kommt. Genau, diese Unterwelt. Da kommt sie hin und da macht sie ja nichts mehr. Also die hängt da irgendwo rum und ist sozusagen völlig erlebnisabend. Und weil Unterwelt, Höhle, Fledermaus. Und deswegen mein Vergleich mit der Höhle, verschrumpelte Fledermaus, hängt da irgendwie von der Decke und macht sonst nichts. Da gibt es doch auch diesen Fährmann. Ich erinnere mich an Stücks, den Fluss. Aber den Fährmann gab es doch auch. Ja, Charon mit seinem Nachen. Charon. Genau. Okay. Ja. Und das war also jetzt ja keine schöne Vorstellung für das, was dann in der Unterwelt passiert. So, und dann entsteht irgendwann eine andere Geschichte. Du kennst doch diese Geschichte von Orpheus in der Unterwelt. Genau. Der da Eurydike wieder rausholen will. Ja, seine Geliebte. Und der steigt dann da runter und der holt sie ja irgendwie wieder raus. Und damit beginnt so in Thessalien im nördlichen Griechenland ein, aus dieser Orpheus, den es ja historisch nicht gegeben hat, aber der wird sozusagen zu einer literarischen Figur. Und nach dieser literarischen Figur bildet sich eine Religionsgemeinschaft, die sich über das ganz alte Griechenland immer weiter ausbreitet. Und die glauben an die Wiedergeburt. Und das ist deswegen so interessant, weil das zeitlich ungefähr parallel läuft zur Entstehung des Wiedergeburtsgedankens im Buddhismus und im Hinduismus. Das ist also ungefähr dieselbe Zeit. Wir reden jetzt so 6. bis 7. Jahrhundert vor Christus. Okay, also lange vor Christi Geburt. Lange vor Christi Geburt. Und im Mittelmeerraum, also vor allen Dingen in den südlichen Gebieten, ja Sizilien und Süditalien, manchen Stellen Griechenlands, da können wir ziemlich sicher sein, dass die Menschen an die Wiedergeburt geglaubt haben. Das ist also uralter mediterraner Glaube. Das war also schöner als die Fledermaus-Vorstellung, war eben dieser Orpheus-Gedanke. Man steigt wieder auf. Ja, und diese Wiedergeburt, dieser Gedanke zum Beispiel, der ja gerade sehr hip ist, ja, diese Idee wiedergeboren zu werden, der hat dich nie fasziniert, der hat dich nie gekriegt? Naja, also wenn man sich mit der Wiedergeburt ausführlich beschäftigt, ich habe das natürlich etwas mehr so im mediterranen Kulturkreis gemacht, ich kenne dich nicht so gut aus mit den ostasiatischen Wiedergeburtsfantasien. Das ist ja, da wird ja die Wiedergeburt relativ schnell negativ bewertet, ja, nämlich, dass es so ein Fluch ist, dass man immer wiedergeboren und wiedergeboren wird, solange man keine Reinheit und Vollkommenheit erreicht. Ich glaube, das ist so im Buddhismus ein bisschen ähnlich. Ähnlich, ja, genau. Und das heißt also, es ist die ewige Wiederkehr des sinnlosen Gleichen. Du fängst immer wieder von vorne an und immer wieder in dem Versuch, was Besseres zu werden. Und wenn du den verfuscht, dann wirst du was Schlechteres. Und deine Ausgangssituation, die wird natürlich immer elender. Ja, also wenn du als Fledermaus geboren wirst, ist es einfach schwerer, ein ethisch perfektes Leben zu leben, um sich für eine bessere Tiergestalt zu qualifizieren. Und wenn du irgendwann auf die Ebene eines Steins abgesunken bist, hast du auf ewig verloren. Ja, das dauert zwar Jahr, Millionen oder Milliarden, bis du wiedergeboren wirst, aber du hast auch keine Chance mehr, da rauszukommen. Die Hölle. Also irgendwie so richtig durchdacht erschien mir das nicht. Ja, so ein Upgrading als Bambi wiederzukommen ist schwierig. Das heißt, es ist so ein permanentes Downgrading. Also verbessere dich mal, verbessere dich mal, genau, vom Stein zum Hasen und von dort aus zum Menschen. Und es ist ja schon schwierig genug, als Mensch ein Weiser zu werden, der irgendwie das ewige Leben dann verdient hat. Und das ewige Leben besteht ja dann in der Befreiung aus dem menschlichen Körper. Also am Ende ist der ganze Sinn der Wiedergeburt, dass das mal ein Ende hat. Ja. Sodass ich mich wundere, wenn Leute sagen, das ist eine tröstliche Vorstellung. Ich meine, ich kann mir vorstellen, es gibt Leute, die würden gerne irgendwie als Hund wiedergeboren und so weiter. Aber ich stehe mir ein Leben als Hund. Ja, als Adler fände ich ja schon gut. Also wenn, dann. Ich wusste, dass irgendwann habe ich dich. Wenn, dann. Ja, ja, wenn, dann. Wenn, dann als Greifhund. Als Philippinenadler. Richard, wenn wir über Ostern sprechen. Ostern, die Frage, wer war diese historische Figur Jesus von Nazareth? Was ist da eigentlich passiert? Wie konnte es sein, oder wie konnte es passieren, dass diese Religion anders? Wie konnte es sein, dass ein Wanderprediger aus Galiläa, dass der plötzlich zu einem Religionsstifter wird? Was war deiner Meinung nach der Auslöser dafür? Was ist da gesichert passiert? Gibt es überhaupt etwas, was gesichert passiert ist? Und was war sozusagen der Urknall für das Christentum? Was würdest du sagen? Also, das sind ja jetzt ganz viele Fragen auf einmal. In der absoluten Kurzzusammenfassung. Jesus ist nicht sicher, historisch verbrieft. Man kann aber sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass er gelebt hat, ist sicher höher, als dass er nicht gelebt hat. Und das einzige richtige Quellendokument, was wir haben, das ist 90 Jahre nach Christi Geburt, also 60 Jahre nach dem mutmaßlichen Tod von Jesus verfasst worden. Und das sind die jüdischen Altertümer von Flavius Josephus. Ein jüdischer Geschichtsschreiber. Ein hellenistisch-jüdischer Geschichtsschreiber, der mehrere Bücher geschrieben hat über die damaligen Ereignisse seiner Zeit und in der Zeit davor. Und da hat er drei, vier Sätze geschrieben über Jesus. Und da beschreibt er Jesus als einen weisen Menschen, dem viele gefolgt sind und der von Pontius Pilatus zum Kreuzestod verurteilt wurde. Und dass es eine Religionsgemeinschaft namens Christen gibt, die ihm nachfolgen. Und diese Sätze hat er so oder ähnlich wahrscheinlich wirklich geschrieben. Und dann haben, und das vermutet man mit hoher Wahrscheinlichkeit, die Christen nachher in diesen Texten noch ein paar andere Sätze mit reingeschrieben. Zum Beispiel, er war der Christus. Also quasi der Messias, der Erlöser, der von Gott gesandte, der gesalbte. Das hat Flavius Josephus mit Sicherheit nicht geschrieben, weil er kein Christ war. Er glaubte das nicht, dass Jesus der Christus ist. Er hat die einfach nur Notiz von ihm genommen und hat ihn da erwähnt. Und was wir so vermuten können, wenn wir sagen, ja, was könnte denn so, was ist denn Konsens, wenn man sich anguckt, was steht in den vier Evangelien, was kann man da als historische Weisheit rausfiltern, dann kann man sagen... Die ja keine Geschichtsbücher sind, ne? Und auch nie so gedacht waren, ne? Nein, Bekenntnisliteratur ist was ganz, ganz anderes. Das sind Glaubensbekenntnisse. Ich meine, wir leben in einer Zeit, in der man sich unter Geschichtsschreibung sowieso nicht dasselbe vorgestellt hat. Klar, es gab schon römische und griechische Historiker, aber auch bei denen ist vieles abenteuerlich. Es ist nur mal lustig, sich anzugucken, wie die Zahlen damals benutzt worden sind. Also wenn Herodot von den Perserkriegen schreibt und die Größe der persischen Armee beschreibt, dann hat später mal ein Militärhistoriker ausgerechnet, als die Armee des Xerxes, wenn die in Persepolis losgegangen wäre und die wären in preußischer Schlachtordnung marschiert, dann wären die letzten noch nicht aus Persepolis raus gewesen, wären die ersten schon in Griechenland gewesen. Also völlig absurde Zahlen. Eher unübersichtlich. Also klar war Geschichte nicht das, was sie heute ist. Und jeder, der Geschichte schreibt, hat auch meistens ein Interesse. Und in der damaligen Zeit war das genauso. Also die einen besonders heldenhaft und die anderen besonders böse darzustellen und so. Naja, jedenfalls die Evangelien hatten keine Funktion, als historische Quellen wahrgenommen zu werden. Aber wir gehen mal davon aus, dass dieser Jesus von Nazareth einer von Hunderten, wenn nicht sogar noch mehr, Wanderprediger war, von denen es im Israel der damaligen Zeit, also in der römischen Provinz Judäa, ganz, ganz viele gab. Und zwar a, weil das sehr fromme Menschen waren und b, weil sie von den Römern besetzt waren und alle eben auf den Messias warteten, den großen Feldherrn, der sie von den Römern erlöst. Und das war untrennbar mit Religion verbunden. Man erwartete also sozusagen den von Gott gesandten Krieger, der die Römer besiegt. Und ob Jesus sich selbst so gesehen hat, am Anfang seines Wirkens ist nicht ganz klar. Er ist in einem relativ überschaubaren Gebiet rumgezogen. Diese schönen Worte, Kapernaum und Sensege Nezareth und was wir da alles so an Orten haben, das ist so ein Gebiet so groß wie das Bergische Land. Und da ist er ein Jahr rumgezogen, einige sind ihm nachgefolgt. Und dann hat er sich auf die Socken gemacht, über 200 Kilometer bis nach Jerusalem, um da beim Pessahfest aufzuschlagen. Und das ist so, das Pessahfest war ja das große Erlösungsfest, feiert man den Auszug aus Ägypten, höchstes Fest der Juden. Und da kamen natürlich immer ganz, ganz viele Wanderprediger von überall hin in die Stadt. Weil das war jetzt sozusagen der absolute religiöse Tag. Und für die Römer super gefährlich. Aufruhen, Aufruhr, Unruhen und so weiter. Also nehmen wir an, dass der römische Präfekt Pontius Pilatus, über den wir fast gar nichts wissen, annehmen, dass der Name möglicherweise stimmt. Viel mehr kann man gar nicht sagen. Es gibt eine Erwähnung später, dass er mal ganz blutig einen Aufstand hat niederschlagen lassen. Also wenn man irgendetwas über ihn vermutet, dann ist das, dass es eine ziemlich skrupellose Type gewesen ist, der auch bestechlich und korrupt gewesen sein soll. Ist auch klar, warum er das war. Wer wollte dahin? Also unter all den römischen Provinzen war das wirklich, die war nicht reich, die war arm und die war voller religiöser Fanatiker. Das war also ein Schleudersitz. Und wenn man da jemanden hinschickte, dann schickte man jemanden fürs Grobe dahin. Und dieser Pontius Pilatus hat ihn dann, so wie Flavius Josephus schreibt, ans Kreuz schlagen lassen, weil er im Tempel randaliert hat. Und ich habe das hier schon mal erzählt. Der große Widerspruch besteht darin, dass dieser Jesus, der ein Weltuntergangsprediger war, der also seinen Leuten gesagt hat, wenn er mir nachfolgt, dann werdet ihr überleben, weil die Welt geht unter. Dass der gleichzeitig ja diese Sozialethik vertreten hat, der Bergpredigt. Und wenn jemand hier auf die eine Backe schlägt, halte ihm auch die andere hin und so weiter. Also diese Gewaltfreiheit und das Verzeihen in den Mittelpunkt seiner Religion stellt, dass der da im Tempel randaliert und die Stellagen der Händler umschmeißt. Das ist eine ganz merkwürdige Geschichte. Die passt hinten und vorne nicht zusammen, weil diese Händler waren da mit Absicht. Die waren auch nicht böse. Nee, die waren da, um Opfertiere zu verkaufen. Um die Opfertiere zu verkaufen. Man stelle sich mal vor, jeder hätte seine Opfertiere mitgebracht nach Jerusalem. Also zum Pessachfest kommen die Leute von überall her in die Stadt. Und dann ist es natürlich viel besser, du kaufst dir das Opferlamm direkt im Tempelhof, als dass du das jetzt 200 Kilometer mit dir rumschleppen musst. Das ist doch völlig logisch, dass das so ist. Und dass er da so außer sich geraten sein soll und dass er da also die Stellagen, auf denen die Opfertiere waren, umgeschmissen haben soll, das ist eigenartig. Das passt nicht so richtig. Und jedenfalls für diesen Akt des Randalierens wird er wegen des Aufruhrs dann von der römischen Obrigkeit verurteilt. Zum Tode verurteilt. Zum Tode verurteilt. Also das alles ist ja nicht gesichert. Das, was ich jetzt so erzählt habe, ist sowas, was man so als möglichen Kommensens so da rausfiltern kann. Die Frage ist ja trotzdem, Richard, also mich, ich gebe es ganz ehrlich zu, ich war auch in den letzten Jahren viel dort in dieser Gegend unterwegs und wenn du dann da mal stehst, am See Genezareth zum Beispiel oder auch in Kapernaum oder Kafarnaum oder wie auch immer wir es nennen wollen, anderen Orten in Bethlehem, wenn du in dieser Geburtskirche stehst und so weiter. Mich berührt das. Das lässt einen nicht kalt. Und die große Frage, die mich immer beschäftigt ist, wann wurde aus diesem Reformer, aus diesem Wanderprediger, aus diesem Weltuntergangsprediger Jesus von Nazareth der Begründer einer neuen Religion? Ich meine, wenn man sich das mal vorstellt, ist ja, glaube ich, relativ gesichert, der wird 30 oder 33 Jahre alt, mutmaßlich. Und in den ersten 30 Jahren hörst du von diesem Menschen nichts. Richtig. Und dann kommen die letzten drei Jahre und das... Eigentlich ist es ein Jahr. Es ist ein Jahr. Genau, genau. Und eigentlich ist es sogar nur eine Woche. Eigentlich sind es wenige Tage, nämlich diese Ereignisse, die du gerade ansprichst, Ostern, Jerusalem, die dann die entscheidende Rolle spielen. Und jetzt habe ich mich mit etwas beschäftigt, worüber ich mit dir mal reden wollte, Richard. Also das ganze Personal, um es jetzt mal so zu sagen, über das wir da sprechen, ist ja alles jüdisch. Ja. Alles jüdisch. Ja, bis auf Pilatus den Römer. Ja, bis auf Pilatus den Römer. In meiner Kindheit, ja, in den Südtiroler Bergen, ja, wir waren sehr häufig in der Kirche und ich kenne diese Geschichten wirklich rauf und runter und habe das alles immer mitgemacht und so weiter, auch später im Internat und fand das auch alles immer sehr interessant. Die Bibel ist eine großartige Erzählung, speziell das Neue Testament und das, was du Bergpredigt gerade angesprochen hast, das ist faszinierend bis heute. Und man würde es jemandem wie Wladimir Putin mal wünschen, dass er sich das einfach mal zu Gemüte führt und dann würde er vielleicht zu anderen Entscheidungen kommen. Weil das ist eine schöne Vision für das Zusammenleben von Menschen. Lass es mich mal so sagen. Eine gute Bedienungsanleitung fürs Leben. Was dort nie aufgetaucht ist, dass alle handelnden Personen jüdisch sind. Sondern das Gefühl war immer, die Juden haben Jesus umgebracht. Ja, das ist der größte Quatsch schlechthin. Natürlich. Also erst mal muss man ja sagen, weil Jesus ja selber ein Jude. Ja, das ist der eine Punkt. Und zweitens sind Christen ja keine Nichtjuden. So, das ist der eine Punkt. Sondern er war ja ein jüdischer Reformer. Das heißt, er wollte ja nicht eine neue Religion gründen, sondern er wollte das Judentum reformieren. So. Es war sozusagen eine Auslegung. Man kann sagen, eine jüdische Sekte. Genau. So, und wenn du dir das anschaust, was auffällt ist, und das ist so interessant, und darüber reden ja auch Historiker. In allen vier Evangelien, über die wir gerade auch gesprochen haben, ja, also von Lukas bis Johannes, ja, Markus und alles, was da ist. In allen vier Evangelien wird der Präfekt, also wird Pontius Pilatus, von dem du gerade sagtest, es ist eher davon auszugehen, dass das ein ziemlicher Haudegen war, ja, und kein zart fühlender Verwalter dieser Provinz, der sagte, oh, da ist jetzt einer, der hat im Tempel randaliert und so weiter. Aber ich glaube trotzdem, dass der unschuldig ist. Ja, das ist ja sehr unwahrscheinlich. Äußerst. Äußerst. Und trotzdem wird der als milde und besonnen dargestellt. Er hält Jesus für unschuldig. Und nur weil der böse Mob, also mit anderen Worten, Kaiphas, der hohe Priester, Druck macht, fällt er schließlich dieses Todesurteil. Und das heißt im Klartext, die Juden tragen die volle Verantwortung für die Kreuzigung. Und ich frage mich, ob sozusagen, das ist ja auch, glaube ich, die historische Debatte, die es dann immer wieder gab, ist, wenn man das sich anschaut, ist das sozusagen der Kern dieses unsäglichen Antisemitismus, der dann später in Deutschland 33 bis 45 das gemacht hat, was er gemacht hat? Also der Kern ist es sicher nicht. Aber es ist später instrumentalisiert worden. Man hat sich das dann so rausgefischt und es kam einem sehr zu Pass. Ich glaube, es gibt viele, viele Wurzeln für den Antisemitismus. Ich glaube nicht, dass er ursprünglich historisch daherkommt. Es ging eigentlich um was anderes. Es ging ja darum, es ging ja darum, dass der wahre Begründer des Christentums, Paulus, der diese Geschichte von diesem Wanderprediger nimmt, um daraus das Christentum zu schmieden. Der vielleicht der eigentliche Religionsbegründer. Der eigentliche Religionsstifter. Man muss ja gucken, die Jesusgeschichte geht ja eigentlich traurig zu Ende. Also der Wanderprediger sagt, folgt mir nach, das Reich Gottes kommt und so weiter. Er geht also ins religiöse Zentrum, in die Hauptstadt, nach Jerusalem. Und was passiert? Die Welt geht nicht unter und die Christen werden gerettet oder die Nachfolger Jesu werden gerettet, sondern es passiert was anderes. Die Römer schlagen ihn ans Kreuz. Jetzt könnte man ja sagen, jetzt müssen alle sagen, oh scheiße, wir sind einem Irrtum aufgesessen, war alles ganz anders. Und so wäre das normalerweise im Sande verlaufen. Und das Interessante ist eben, dass diese Anhängerschar es geschafft hat, diese Geschichte in ihrem Kopf so rumzudrehen, dass daraus irgendwie eine Erfolgsgeschichte wird. Und das ging nur, weil man behauptet hat, dass das Grab leer war. Er ist dann auferstanden. Genau. Das ist sozusagen der Urknall des Christentums. Und wichtig ist auch, er ist leiblich auferstanden. Richtig. Er ist nicht seelisch auferstanden. Das hätte der Körper ja weiter im Grab. Das hätte man ja nicht beweisen können. Aber abgesehen davon, in der alten orientalischen Vorstellung der Levante Völker, und das gilt also auch für das Judentum, bei jeder Auferstehung, genau wie bei den Ägyptern, wo das Judentum ja ursprünglich mal wahrscheinlich herkommt, leibliche Auferstehung. Genauso wie der Pharao einbalsamiert wird. Und dass der ja auch im Totenreich leiblich aufersteht. Und hier war es natürlich die gleiche Vorstellung. Das Judentum glaubte an die leibliche Auferstehung. Und deswegen musste Jesus also den Emmausjüngern begegnen und musste das Grab leer sein und so weiter. Und aus dieser Geschichte des leeren Grabes, das war quasi überhaupt erst der Urknall, dass eine neue Religion entstehen konnte. Weil viele Menschen das eben offensichtlich geglaubt haben. Und dann war die akrobatische Leistung von Paulus, diese ganze Jesus-Geschichte stimmig zu machen. Also eine Erklärung dafür zu finden, warum denn Jesus mit Absicht und mit Gottes Willen gestorben sei. Und das war die Idee zu sagen, war das nicht damals so, dass Adam im Paradies den Erkenntnisapfel gegessen hat, vom Baum der Erkenntnis. Das war ja der Sündenfall. Und diesen Sündenfall, den hat Jesus gesühnt durch seinen Tod am Kreuz. Das ist ja nichts, was Jesus selber gesagt hätte, sondern das ist eine Erfindung von Paulus. Und jetzt kriegt die Geschichte auf einmal was Rundes und was Stimmiges. Und dann wird missioniert. Und dann wird bis nach Griechenland gezogen und nach Rom. Und man breitet sich aus in die Gebiete der Perser und in der ganzen Levante-Region und schreibt dafür vier Evangelien, also Leute aus dem Pauluskreis oder er selber, niemand weiß, wer die waren. Alle ein bisschen verschieden, alle ein bisschen angepasst an die jeweilige Region, in der man missionieren will. Und wir haben zum Beispiel das Johannesevangelium, das für den griechischen Sprachraum konzipiert worden ist. Das Anfängen mit dem Anfang war der Logos. Anfang war das Wort. Ja, genau. Das ist schlecht übersetzt. Eigentlich heißt es ja sowas wie der Geist der Vernunft. Das ist der Anfang. Und das ist natürlich reiner Platonismus. Also das ganze Johannesevangelium ist sozusagen durchtränkt von Platonismus und war damit anschlussfähig an die bestehende griechische Philosophie. Ich habe diesen Satz. Das ist einer der ganz wenigen griechischen Sätze, die mir hängen geblieben sind. Am Anfang war das Wort. Das ist ein so großartiger Anfang für eine Erzählung, finde ich. Ja, das Johannesevangelium ist sowieso sehr poetisch. Ja, wirklich. Ja, absolut ist richtig. Was ich halt interessant fand, war dieser Punkt, der viele Historiker offensichtlich beschäftigt. Also die Frage, woher kommt, weil du gerade die Evangelien erwähnst, diese Süßholzraspelei sozusagen, diese Schleimerei der Evangelisten an dem Punkt. Warum gehen die mit diesem Pontius Pilatus, der mutmaßlich diesen Wanderprediger ja zum Tode verunterteilt hat? Ein Schwein war mutmaßlich. Ja, warum gehen die so? Weil der nur Römer war. Und wenn ich nach Rom gehe und die Römer missionieren will, dann kann der Römer nicht der Böse. Genau, genau. Ja, und deswegen musste der umgefärbt werden. Richtig. Ja, und der hat nun gar keine Schuld an der ganzen Sache. Genau, aber spannend ist, Richard, dass auch das, ich kannte das wirklich nicht, wir haben uns ja schon ein paar Mal über Christentum und so weiter unterhalten und ist auch ein Thema für uns beide, glaube ich, in unserem Leben immer gewesen, mit aller Liebe und aller Kritik, die man daran haben kann. Aber dieses Motiv sozusagen, den zum Guten umzudeuten, ja, und die Schuld ausschließlich bei den bösen Juden in dem Fall abzuladen, damit du nämlich sehr viel leichter ins riesige römische Reich hinein missionieren kannst, ist natürlich eigentlich ein taktisch sensationell genialer Schachzug. Absolut. Also ich glaube, eine Leistung wie die, die Paulus verbracht hat, der sicherlich irgendwie der kluge Kopf dahinter ist. Ich habe, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge gesagt, ich kann mir Paulus immer nicht als Person vorstellen. Manchmal denke ich, Paulus war der Name einer Gruppe oder irgendwas. Was übrigens für die griechische Antike, nicht seltsam wäre. Ja, Shakespeare wäre es ja auch oder so. Shakespeare vielleicht später, ja. Und Euclid muss auch nicht eine Person gewesen sein. Also das berühmte mathematische Lehrbuch des Euclid ist sicherlich nicht von einem einzigen verfasst. Interessanterweise, es gab mal so eine spannende pädagogische Bewegung in der Mathematik, ich glaube so 60er Jahre, da wurde die Mathematik für die Schulen allgepreisiert. Ja, vorher war die Geometrie viel stärker und so weiter. Und die nannten sich Burbaki. Ja, und das war dasselbe in Grün. Einen Herrn Burbaki hat es nie gegeben. Interessant. Das ist so wie bei Euclid und vielleicht auch bei Paulus. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass diese Lebensleistung eine innere Organisation zu schaffen, das ganze Personal. Ja, wer ist für was zuständig? Wer kriegt welche Ämter? Das alles zu erfinden, die Regeln für die Kirche festzulegen, gleichzeitig überall hinzufahren, Gemeinden zu gründen, regen Briefaustausch zu machen, dass die auch alle das Richtige machen und nicht alle anfangen, irgendwas anderes zu glauben. Also diese geniale Organisationsleistung, sowohl gedanklich wie strukturell. Also dieser Chefmanager und Chefideologe in eins. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das eine Person war, aber ich weiß es natürlich nicht. Und ehrlich gesagt, weiß das keiner. Ich fand es so interessant, wusste ich vorher auch nicht, eine der wirklich kuriosen Begleitumstände der Gründung des Staates Israel im Jahr 48, ist, dass es zu der Zeit offensichtlich, jede Menge Petitionen gab, in denen vor allem protestantische Christen den gerade erst geschaffenen obersten Gerichtshof in Jerusalem dazu auffordern, einen ganz besonderen Prozess neu aufzurollen. Und zwar den Prozess rund um die Anklage gegen Jesus von Nazareth. Wusstest du das? Nee, habe ich nicht gewusst. Also dahinter stand sozusagen die Idee, kann man natürlich darüber streiten, dass dieser hohe Rat, über den wir gerade gesprochen haben, der Jesus damals zum Tode verurteilt und in dem von den Evangelien die Rede ist, jetzt endlich quasi einen Rechtsnachfolger hatte. Das heißt, man konnte sozusagen in einem der umstrittensten Verfahren der Geschichte jetzt mal in Revision gehen. Das war die Idee. Obwohl noch nicht mal ganz gesichert ist, dass Jesus eine historische Person ist, nicht mal ganz gesichert ist, dass es überhaupt diesen Prozess gab. Es ist ja interessant, dass dieser Huck-Zuck-Prozess gegen Jesus, dass der in der jüdischen Tradition ja ganz anders dargestellt wird. In der jüdischen Tradition hat er erst mal 40 Tage in Haft gesessen. Also ein Prozess, über den wir ja nur Legenden und Erzählungen haben, Mythen, um den nochmal aufzurollen. Also ich hätte es immer interessant gefunden, wenn der Prozess gegen Galileo Galilei nochmal aufgerollt worden wäre. Das ist ja schon eine ganz lange Forderung, die man hat, der übrigens es auch in sich hat und über den wir uns gerne mal unterhalten können, weil da vieles anders ist, als man das so aus der Schule kennt. Aber das mit Jesus, ich weiß gar nicht, hat irgendjemand das ernst genommen? Hat man das mal versucht? Es gab Petitionen dazu, aber aus genannten Gründen ist das offensichtlich dann im Sande verlaufen. Aber ich fand es halt eben jetzt mal interessant, mit dir darüber zu reden, wann sich eigentlich, wenn man sich anschaut, das ganze Personal, um das es geht, Ausnahme Pontius Pilatus, ist jüdisch. Aber das Gefühl ist ein anderes. Und das Gefühl auch von Christen, wenn du als Kind, so wie ich auch, wenn du christlich erzogen wirst, in dieser Vorstellung ist Jesus kein Jude. Jesus ist Jesus. Der steht sozusagen für sich. Als Gottes Sohn hat er keine Nationalität. Richtig. Er hat keinen Pass. Und interessant ist diese Trennung sozusagen von Judentum und Christentum. Das ist ja das, was da faktisch stattgefunden hat, die sich offensichtlich über Jahrhunderte hingezogen hat. Und dazu gehört dann irgendwann aber auch so eine, wie soll man sagen, so eine latente und dann auch, glaube ich, weniger latente Abwertung des Jüdischen, was dann zur Identität auch dieser noch sehr jungen Kirche gehört. Und wenn man da mal so genau reinschaut, das ist eigentlich bis heute nicht so wirklich überwunden. Ich bin mir sicher, dass du an der einen oder anderen Stelle heute auch noch in der Kirche, wenn du sagst, du sagst mal, Jesus war doch jetzt eigentlich ein Jude oder nicht. Da wirst du, glaube ich, die ein oder andere Augenbraue sehen, die sich so nach oben bilden. Also ich persönlich habe mir Menschen kennengelernt, die im Dritten Reich überzeugte Nazis waren und gleichzeitig sehr katholisch. Und bei denen kam tatsächlich das Argument, die haben unseren Heiland ans Kreuz geschlagen. Ja, ich weiß das. Also das kam auch, diese Gespräche sind ja 20 Jahre alt. Das kam da mit einer völligen Selbstverständlichkeit und ohne irgendeinen Skrupel oder so wurde das thematisiert. Übrigens gibt es noch eine Nebengeschichte, die ich interessant finde. Und wenn ich in meinem Leben mal richtig viel Zeit hätte, was vielleicht nicht mehr vorkommt, dann würde ich das gerne nochmal versuchen, irgendwie weiter zu ergründen, ob man da irgendwie weiterkommen kann. Es gibt ja noch eine spannende Spur zu Jesus. Und diese spannende Spur, ist, du erinnerst dich ja, die Römer wollen ja dann nicht so gemein sein gegenüber den Israelis, also den Juden, wenn sie den Jesus ans Kreuz schlagen, wollen sie ja gleichzeitig dafür den Barabbas freilassen. Richtig. Und Barabbas soll ja so eine Art politischer Freiheitskämpfer gewesen sein. Also der Mann, der für die Römer ja viel gefährlicher ist. Jesus war ja nur der Spinner, der die Stellagen umgeschmissen hat im Tempel. Genau. Ja, also der war jetzt für die Römer nicht so eine Riesenbedrohung. Das war Erregung öffentlichen Ärgernisses zu einer sensiblen Zeit an einem sensiblen Ort. Genau, und da macht man kurz einen Prozess. Da macht man kurz einen Prozess. Aber dieser Barabbas, der war ja richtig gefährlich. Das war ja ein Aufwiegler, ein Aufrührer und so weiter. Und das Interessante ist, dass diese Figur des Barabbas genauso schlecht historisch belegt ist wie Jesus. Wenn man aber den Namen auseinander nimmt, Barabbas, dann heißt das Sohn des Vaters. Und es gibt Theorien, die schon relativ früh aufgetaucht sind, sich zu sagen, diesen Barabbas, den hat es so sicher nicht gegeben, aber diesen Jesus hat es vielleicht so auch nicht gegeben. Vielleicht ist das ein und dieselbe Person gewesen. Spannend. Und tatsächlich gibt es daraus die Theorie, dass Jesus vielleicht gar nicht ans Kreuz geschlagen wurde, sondern dass er dieser Barabbas war und freigelassen wurde. Dass also schon die Kreuzigung eine Fiktion ist, plus der Fiktion dann vom leeren Grab noch da drauf. Spannend. Oder dass umgekehrt dieser Barabbas ans Kreuz geschlagen worden ist, den man dann aber nicht gebrauchen konnte, weil er keine religiöse Figur war. Und daraus dann den Jesus quasi aus ihm rausdestilliert hat, als Sohn des himmlischen Vaters. Interessant ist, es gibt einen schwedischen Historiker, der schon um die letzte Jahrhundertwende die Theorie aufgestellt hat, dass Barabbas und Jesus dieselbe Person sind. Jalmar Söderberg. Und es ist nicht so, als ob man das jetzt gleich als großes Science-Fiction wegtun kann. Der hat das so ein bisschen romanhaft gestaltet. Aber immer wenn ich mir das angucke, denke ich, das könnte auch ein irgendwie ganz guter Riecher gewesen sein, weil es fügt sich ziemlich gut zusammen. Ja, es ist interessant. Ich meine, wenn man sich diese, also ich sag es mal so, es gibt ja, wenn du auch im heutigen modernen Israel unterwegs bist, es gibt da so unfassbar viel, nennen wir es positiv, religiöses Talent. Ich glaube, das hat was auch mit dieser Landschaft zu tun. Also Menschen, Hirten, die in diesem kargen Nichts unterwegs sind, bitter, bitter arm, die haben natürlich irgendwie die Vorstellung von einem besseren Leben irgendwo, weil das Leben im Diesseits irgendwie eine einzige Quederei war. Und ich glaube, dass diese leeren Räume, also buchstäblich leeren Räume und dieser gigantische Sternenhimmel da über dir, jetzt werde ich schon wieder romantisch, wie du merkst. Aber diese Nächte da draußen in der Wüste, die machen natürlich was mit dir. Und ich glaube schon, dass diese Abwesenheit von anderen Dingen dann irgendwann dazu führt, dass du dir anfängst, großartige Geschichten auszudenken. Und die Bibel ist eine Ansammlung von ganz großartigen Geschichten. Du meinst so eine Art inwendige Fata Morgana. Also tagsüber flimmert das Licht. Und du siehst Dinge, die nicht da sind. Und nachts leuchten die Sterne. Und du siehst wieder Dinge, die nicht da sind. Ja, es ist Fata Morgana to go. Aber ich möchte das auch gar nicht, ich möchte das gar nicht so hart ausdrücken. Ja, machst du gar nicht. Ich bin ja für, ich habe das auch schon häufiger gesagt, ich bin ja für Spirituelles durchaus empfänglich. Also ich trenne das einfach in lauter verschiedene Dinge. Ich finde, hier sind Sachen, die gehören nicht zusammen. Also das eine sind religiöse Geschichten, haben mich immer interessiert und fasziniert. Ich war in der evangelischen Jungschar, ich habe in der katholischen Religion, über das leere Grab übrigens, schriftlich Abitur gemacht. Ich habe mal mit dem Gedanken des Spiels Theologie zu studieren. Ja, ich konnte mir eine Existenz als Pfarrer ziemlich gut vorstellen. Aber ich hatte das Problem dann, als ich in der evangelischen Kirche war, habe ich dann irgendwie einen ziemlichen Gräuel gegen die evangelische Kirche entwickelt. Und Priester wollte ich nicht werden. Deswegen habe ich dann keine Theologie studiert. Aber fasziniert und interessiert hat mich das alles. Und die Daseinsberechtigung des Spirituellen speist sich einfach daraus, dass unser Wirbeltiergehirn, mit dem wir alle ausgestattet sind, im Evolutionsprozess optimiert wurde, für die Funktion, sich praktisch im Leben zurechtzufinden. Früher in der Savanne, heute in Großstädten oder in Bauerndörfern oder wo auch immer wir leben. Aber dass dieses Gehirn natürlich nicht optimiert wurde, um große und unendliche Wahrheiten zu erkennen. Sondern immer, wenn es um die ganz großen Dinge geht, stößt dieses Gehirn an Grenzen. Und dann merkt es auch, dass es nichts kapiert. Also Kant hat das schon wunderbar in seinen berühmten Antinomien, also sozusagen Widersprüchen des Denkens aufgezeigt. Zum Beispiel können wir uns, wir haben über Willensfreiheit gesprochen. Wir können uns Willensfreiheit nicht vorstellen, aber dass es keine Willensfreiheit gibt, können wir uns eigentlich auch nicht vorstellen. Wenn man es uns wirklich mal ernst nimmt. Noch viel dramatischer ist es mit Unendlichkeit. Wir können uns Unendlichkeit nicht vorstellen, aber auf der einen Seite, was ist das Universum? Ist es unendlich oder ist es endlich? Wir können uns ein endliches Universum nicht vorstellen. Was ist denn hinter dem endlichen Universum? Aber Unendlichkeit können wir uns auch nicht vorstellen. Wir können uns keinen Anfang der Zeit vorstellen. Also müsste die Zeit unendlich sein. Aber unendliche Zeit, wie gesagt, können wir uns nicht vorstellen. Richtig. Das heißt also, wir merken plötzlich, unser Gehirn ist in der Lage, Fragen zu stellen, die größer sind als es selbst. Die es nicht in der Lage ist, zu beantworten. Das heißt, wir sind, was Größenwahn angeht, besonders begabt. Wir sind begabt in dem Größenwahn der Fragen. Und alle Antworten, die wir darauf geben, und die man auch manchmal mit holzhackerischer Sicherheit gibt, wie in den Religionen, wissen wie immer, sind mit Sicherheit falsch. Ja. Weil es einfach zu groß für unser Gehirn ist. Das bedeutet aber zugleich, dass es natürlich unglaublich viele Dinge in der Welt geben kann, die real sind, die wir aber nicht begreifen, die wir nicht erfassen können, die aber irgendwie da sind, die wir mit unserer Vorstellung von Kausalität, also Ursache und Wirkung, nicht erklären können, die wir nicht auf Materielles oder auf Gesetze zurückführen können, und die trotzdem wirken. Und wenn wir das einmal begriffen haben, dass das tatsächlich so ist, und dass wir uns da nur so in unserer Menschenwelt eingerichtet haben, wenn wir versuchen, die Natur zu verstehen, dann ist man prinzipiell vorsichtig mit materialistischen Erklärungen. Sondern dann sagt man sich, okay, das ist nur das, was wir jetzt gut erklären können, aber es gibt natürlich auch ganz viel, was wir nicht erklären können. Wir sind so klein. Und wenn man dann so unter dem Sternenhimmel dieses ästhetische Gefühl seiner Kleinheit empfindet, dann kapiert man plötzlich, das ist gar nicht so Schlimmes, dass man so klein ist. Sondern dann denkt man, wie schön ist das, dass ich so ein kleines Stück Sternenstaub in diesem Ganzen bin. Und dann erfahren wir schon etwas davon, von dieser Größe, die uns umgibt, die wir nicht erfassen können. Und das ist der Ursprung meines Erachtens aller Spiritualität, nicht der Religion. Die Religion hatte viele andere Funktionen, Rechtsprechung, Gesellschaftsregeln und so weiter, aber von Spiritualität. Und Spiritualität kann man nicht materialistisch aus dem Menschen rauskürzen. Das glaube ich auch, jetzt wirst du poetisch, Richard. Nee, einfach nur so das Ergebnis von 50 Jahren Nachdenken. Das heißt, du hast sehr viel, Dostoyevsky hat gesagt, der Mensch braucht das Übernatürliche, genauso wie den kleinen Planeten, den er bewohnt. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das ist wirklich, ja. Und das Interessante ist, dass sich, also wie tief das in uns drinsteckt, und deswegen ist auch dieses Thema Ostern und das Wunder von Ostern und das Wunder der Wiederauferstehung und so weiter, das ist ja etwas, was dem sich selbst Kleinkinder in Wahrheit nicht entziehen können. Es ist faszinierend, das zu sehen. Wenn kleine Kinder diesen Sternenhimmel sehen, dann hast du genau das, dann merkst du plötzlich, welches spirituelle Talent die haben. Es ist unglaublich gut. Und ich weiß, ich hatte diesbezüglich mal ein sehr interessantes Gespräch. Ich habe das auch in diesem kleinen Buch beschrieben, das ich mit Manfred Lützjüngst veröffentlicht habe über Papst Benedikt. Dieses Buch ist entstanden, ist gar nicht wichtig und man muss das auch nicht lesen und so weiter. Aber es war uns irgendwie wichtig, noch einmal festzuhalten, was dieser Mann in diesem letzten Gespräch, das wir mit ihm hatten, was der zu sagen hatte. Und da taucht ein Gedanke zum Beispiel, der mich bis heute wahnsinnig fasziniert, darin auf. Ich habe ihn mal gefragt, ob er mir sagen könne, verbindlich, als Chef der Glaubenskongregation, wie der liebe Gott aussieht, ob der jetzt einen Bart hat oder nicht. Dann hat er so gelacht und guckte mich dann an und gab dann eine wunderschöne Antwort. Und er sagte, ob der einen Bart hat oder nicht, kann ich ihm natürlich nicht sagen. Aber ich kann ihm sagen, wenn Sie mit offenen Augen durchs Leben gehen, dann werden Sie immer wieder Menschen treffen, bei denen ab und zu etwas Göttliches durchschimmert. Und das fand ich wahnsinnig schön. Hast du ihn gefragt, welche Menschen das bei ihm gewesen sind? Bei ihm nicht, aber möglicherweise habe ich das auch, aber ich erinnere mich nicht mehr an die Antwort. Aber was ich zum Beispiel sagen kann ist, und das wirst du auch bestätigen, so in diesem ganz ungezwungenen, ganz aufrichtigen, ehrlichen Gespräch, zum Beispiel mit Kindern, da kannst du das erleben. Genau das. Große Wahrhaftigkeit. Ja, man kann das natürlich aufrichtig. Einerseits sagen, Kinder sind wahnsinnig begabt zu glauben, weil sie keine Alternative dazu haben. Richtig. Sie müssen ja die Dinge glauben. Sie lernen ja, das, was ihre Eltern sagen, zu glauben, weil sie es nicht wissen können und weil sie es nicht überprüfen können. Richtig. Aber die Fähigkeit zu glauben und auch mehr zu glauben, als nur das, was man hört, sondern auch an Dinge zu glauben, die man sich selbst zusammengereimt hat. oder was Kinder ja in bestimmten Alter häufig machen, sich imaginäre Personen vorzustellen, mit denen sie sich unterhalten. Mein Sohn hat das auch mal gemacht und es kommt häufiger bei Kindern vor. Genau. Also diese enorme Fantasiebegabtheit beim Spielen. Kinder wissen ja, dass sie spielen, wenn sie spielen, aber sie können gleichzeitig unendlich da rein versinken. Richtig. Das sind ja, wahrscheinlich ist das ja alles ein wirklich tiefes Erbe, das nicht nur einen pädagogischen Sinn hat, sondern das hat etwas vom ursprünglichen Bezug des Menschen gegenüber der Natur, der ja sehr weitgehend ein Glaubens- und Erfahrungsbezug war und kein Bezug, der sich auf abstraktes Wissen aufgebaut hat. Wir wissen heute ganz, 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 ganz viele Dinge, die wir nie überprüfen, wo wir aber immer davon ausgehen, dass sie stimmen, dass die Erde ganz alt ist und sowas. Das heißt, ja, da sagen uns die Wissenschaften, ja, das ist so vor zwei Milliarden Jahren und so. Ich glaube das ja auch alles, aber ich kann das nicht überprüfen. Das heißt, der ganze Hintergrund meines Wissens besteht aus Glauben darin, dass die Quellen vertraulich sind. Das ist richtig. Und auch unser Wissen ist ja eine Form des Glaubens. Es ist wahr. Wobei, ich habe Ricky Gervais neulich gehört, finde ich total interessant, der irgendwo in der amerikanischen Late-Night-Show war, ich glaube, es war sogar Steve Colbert, mit dem er darüber gesprochen hat, und die unterhielten sich über die Frage Wissenschaft versus Religion. Und Gervais sagte, weißt du, es ist ganz einfach, wenn wir diese ganzen heiligen Bücher, die Bibel und alles, wenn wir die jetzt einer ernsthaften Überprüfung unterziehen würden, dann würde das krasse Gegenteil dessen rauskommen, was da drin steht. Ja, aber wenn wir wissenschaftliche Bücher einer ernsthaften Überprüfung unterziehen, dann würde an den exakt gleichen Stellen ziemlich genau wieder das Gleiche rauskommen, was die grundsätzlichen Formeln und Thesen und Fakten einfach Das ist sicher so. Das ist der große Unterschied. Ja, das gibt aber noch einen Unterschied. Die Hard Sciences, wie die Naturwissenschaft, die beschäftigen sich mit den Soft Problems. Also bei der Frage, bei wie viel Grad kocht Wasser? Genau. Aber die Soft Sciences, wie die Philosophie, die beschäftigen sich mit den Hard Problems. Warum gibt es die Welt? Oder warum passen Mann und Frau nicht zusammen? Und so weiter. Und auf diese Fragen gibt es keine endgültigen, definitiven, messbaren und überprüfbaren Antworten. Und deswegen sind die Naturwissenschaften so erfolgreich und wirkt die Philosophie auf den ersten Blick so erfolglos. Aber es liegt einfach daran, dass ihre Probleme hundertmal schwieriger sind. Da kommst du jetzt nochmal schön aus der Nummer raus. Das finde ich sehr gut, Richard. Aber du hast natürlich recht und weißt du noch ein ganz schneller Gedanke zum Schluss. Ich habe ja immer wieder mit Menschen zu tun, die unendlich viel schlauer sind als ich selbst. Und das empfinde ich als eines der Privilegien dieser Arbeit. Unter anderem im Gespräch mit dir. Wenn du mit diesen Leuten sprichst und dazu gehörte eben auch Papst Benedikt, der glaube ich dieses Papsttum als große Last empfunden hat. Das hat dem nicht wirklich Spaß gemacht. Aber darüber nachzudenken, Das ist auch nicht der Sinn des Papstseins, das was Spaß macht. Da muss der Politik machen. Dafür wird man nicht Papst. Genau. Ich glaube, Papst zu sein, ist irgendwie die Hölle auf Erden. Aber die anderen, die großen Fragen, sich mit denen zu beschäftigen, das war ein unendlich kluger Mensch. Und gleichzeitig hat mich so fasziniert, und das beschreiben wir eben auch in diesem kleinen Büchlein, wie der auf der anderen Seite ganz kindlich im besten Sinne glauben konnte. Auf die Frage, was er sich vorstellt nach seinem Tod, sagte er, ich freue mich dann, meine Mutter wiederzusehen, meinen Vater wiederzusehen. Mich hat das wahnsinnig berührt, weil ich dachte, wie schön ist es, wenn jemand das so ganz naiv und ganz ernsthaft wirklich glaubt. Und auf der anderen Seite, diese große Ehrlichkeit, das hat mich damals wirklich gepackt. Und das war auch der Moment, wo ich dachte, das muss man mal aufschreiben, damit die Leute das auch lesen können, die es interessiert. Ich fragte ihn, ob einer wie er Angst vor dem Tod hat. Und er sagte, ganz ehrlich, ja, ich habe große Angst davor, weil ich nicht weiß, wie dieses Sterben ablaufen wird. Und ich fand das so berührend deswegen, weil ich genau weiß, wenn ich mit meinem Dorfpfarrer damals darüber gesprochen hätte, der hätte mir irgendwas erzählt von, das ist der Übergang in ein anderes Leben, eine andere Existenz, eine höhere Form des Seins und so weiter. Hätte da irgendwas religiös, philosophisch Verbrämtes mir von Latz geknallt. Aber er wäre nicht ehrlich gewesen. Aber dieser große Mann war in dem Moment ganz klein und ganz ehrlich. Und nah bei den Kinderglauben. Denn dahinter ist ja die Vorstellung, seine Eltern wiederzusehen, leibliche Auferstehung. Richtig. Und nicht geistige Auferstehung. Genau. Was also schon wirklich speziell ist. Und jetzt könnte man unendlich fortfahren. Es gibt nämlich eine lange Diskussion über die Frage der leiblichen Auferstehung. Wie sieht man dann aus? Ja. Da wurde tatsächlich über die Jahrhunderte so lange darüber diskutiert, bis die Kirche das mit der leiblichen Auferstehung irgendwann so Stück für Stück immer weiter reduziert hat und sich mehr und mehr an die griechische Vorstellung angelehnt hat, der geistigen Auferstehung, die dieses Problem ja nicht hat. Richtig. Weil die Seele oder der Spirit oder der Logos oder was auch immer, der hat ja keine körperliche Gestalt. Also ich weiß, ich erinnere mich aus den Diskussionen, wenn man sich da mit theologischen Büchern beschäftigt hat, dass es also einerseits die Vorstellung gab, dass alle aussehen, wie sie aussahen mit 30. In dem Alter, als Jesus starb. Super. Was natürlich den Nachteil hat, wenn man mit 30 erblindet war zum Beispiel oder sowas, oder ganz schwere Krankheiten hatte, sind die dann weg? Oder bleibt man blind im Himmel? Und die andere Vorstellung war, dass aus einer einzelnen Körperzelle, Zelle kannte man noch nicht, aber aus einem Mikroteil des Körpers, quasi ein idealer Körper seiner selbst hergestellt wurde. Ich glaube, Tenetopsychismus oder so ähnlich nannte sich das. Also so eine gentechnische Fantasie oder reproduktionsmedizinische Fantasie, quasi Zellvermehrung, wie in der Petrischale. Da kriegt der Begriff Petrischale, wenn ich da in Petrus denke, noch eine ganz andere Bedeutung. Das ist wahr. Super. Wir werden quasi in der Petrischale wieder neu zusammengemixt, wenn wir in den Himmel kommen. Und jetzt, Richard, das aktuell im Anlass nochmal übersetzt ins 21. Jahrhundert, wenn man dann leiblich aufersteht, ist das Botox dann raus oder noch drin? Weiß man nicht. Du siehst, es gibt noch ziemlich viele Heart Problems, die nicht gelöst sind. Genau. Und ich freue mich drauf. Wir sollten mal eine Folge machen, Richard, vielleicht in den nächsten Wochen, über die interessante, wirklich spannende Frage, die daran ja eigentlich anschließt. Ich meine, über Jahrtausende hinweg haben Menschen versucht, irgendwie zu überleben und haben gegen Hunger, Krieg und Krankheiten gekämpft, gegen Seuchen und so weiter. Aber plötzlich, jetzt im dritten Jahrtausend, stehen wir an einem Punkt, wo wir möglicherweise kurz davor sind, den Tod geschehen zu machen. Ja, Harari nennt das die letzten Tage des Todes. Und das ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Was resultiert daraus? Und ist das überhaupt erstrebenswert? Was kann man aus Kulturen lernen? Ja. Durch die Art und Weise, wie sie mit dem Tod umgehen. Und die andere Frage ist eine ganz großartige Frage. Wie erstrebenswert ist eigentlich das ewige Leben? Darüber sollten wir uns nochmal in Ruhe unterhalten. Richtig. Ich lege mich fest, ich möchte es nicht haben. In diesem Sinne, Richard, frohe Ostern. Dir auch. Dank dir sehr. Eine Produktion von M hoch 2 und Potsdam bei OMR im Auftrag des ZDF. Schöhn. Ich lege mich fest. Schöhn. 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 Tschöhn. Vielen Dank.